Ja, hallo erstmal wieder bei Gott auch vor. Wir gehen zum Licht. Zum Licht? Ja, zum Licht. Ja. Hol die Axt raus. Zack. Du frisst dir zuerst an. Komme her. So. 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 Jetzt gucken wir auf. Ich habe noch mal die Axt. Nein. Packe die Axt ein. Geht doch. Das Licht erschafft offenbar mehr als nur Brücken. Vielleicht bringt uns das hier nach oben. Schauen wir mal. Jungen. Ja. Ja, ja, liebe Leute. Es ist schon ein cooles Spiel. Ich bin schon an überlegen, das live zu swamen. Aber ich muss auch die Zeit dafür haben. Ähm, ihr seht da selber, die Videos kriege ich auch nicht immer pünktlich raus, wie ich das möchte. So ist das, wenn man im Beruf tätig ist und nicht immer die Zeit hat, Videos zu machen. Schlitz. Was? Wir haben ein Problem. Aber ich hoffe, euch gefällt es so oder so schon. Diese Türen öffnen sich nicht. Hallo? Verstehe ich nicht. Wozu dann die Tür? Hallo? Komm, wir suchen einen anderen Eingang. Ja, ich hoffe, man würde meine Videos mehr schätzen. Wie sonst. Mehr von diesen Glacken. Aber naja, ich mache es ja gerne deswegen. Nein. Wo die Axt raus? Ah, verdammt. Komm her. Okay, ich habe da schon mal... Ah. Okay. Ein bisschen höher. Geschafft. Was sagst du denn? Hier sind wir mal der Glong-Ding-Dong. Da ist ein Glong-Ding-Dong. Und dahin war auch ein Glong-Ding-Dong. Aber es sind drei. Eckeweil ist verschlossen. Glong-Ding-Dong. Tja. Ah, da oben. Okay. Hol die Axt raus. Hol die Axt raus. Warte mal, ich bin hier runtergelaufen. Ach, da. Okay, alles klar. Das ist doch fies. Das ist doch fies. Leute, das ist fies. Warte mal. Ne, warte mal. Das musste anders gehen. Der? Warte mal. Dann R. Okay, alles klar. Willst du mich verarschen? Oder müssen wir das hier zuerst? Warte mal, ich bin hier. No! Ah! Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal, ich bin hier. Nein, nein, nein. Ich bin zu doof zu treffen. Ach, Mann. Ach, Scheiße, zieh ich ihn zurück. Zu früh. Nochmal. Ja. Na komm schon, lauf doch. Ja. Geschafft. Geht doch. Was haben wir dafür? Nur da kleine Säckchen? Na gut. Na gut. So, jung. Das ist noch ein Weg gefunden, ich nicht. Komm. Ach ja. Ach, schon wieder der Zwerg. Sindri? Hey, Sindri. Wir haben was... Hier, lau. Hey, Sindri. Siehst du dir das mal an? Oh, ihr habt einen Vergessenen getötet? Ja. Ja. Was? Schwierig? Ja. Ja. Ist das alles, was ich bekomme? Ja. Ja. Warum bist du vor uns, ihr Zwerg? Und es wurde gesagt, unser Pfad sei der Einzige zwischen den Welten. Das mag der Einzige für euch sein. Aber Zwerge stecken voller Überraschungen. Das ist keine Antwort. Nö. Nö. Nee, das ist doch los. Und für die jungen Herren? Was geht noch? Ich bin nicht gleich. Ich bin nicht immer nochmals in die Finger bekommen. Aber falls doch, sagen wir, er soll seinen Stahleng erhärten, sonst verzieht sich die Schneide. Genau. Ok, ich bin das Harbin. Ja, ja, ja. Und vergiss nicht zu atmen. Nein, mach ich schon nicht. Zack. Ja, ja. Okay, onlange mal. Okay, die Axt kann ich noch nicht, für die, da fällt mir noch ein bisschen. Jederzeit willkommen! Immer noch, immer noch. Komm. Wir sind drin! 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 Wir be-w guardieren! W Lingie, hurra! Deshalb muss ich genau machen! Was ist die Veränderung der Sonne? Ich bin auf einem gewendetst... Was ist die Verletzung? Das war seine Wahrheit. Wir treffen uns aber. Die sind Sie sind Sie 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 Das Licht ist nahe. Such einen Weg hinein. Das hat geholfen! Da, wer nicht drin ist! Folge mir! So ist das, liebe Leute! So ist das! War das in Ordnung? Du musst noch viel lernen! Okay, das wird so weit weg. Okay, das wird so weit weg. Oh! 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 da haben wir hier nix gar nix, 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 nix nix du stellst alle Wege wieder her ja kannst du mal sehen ohne ja 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 ach nö ich glaube hier kommen wir durch na ach 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 Oh, come on. Das sieht zu schwer aus. Vielleicht finden wir das nicht nur woanders. Nein, gib mir einen Moment. Ein Moment muss hingeben. Verdammt, wie hab ich das letztens mal geschafft, ey. Siehst du, ist zu schwierig. Wir sollten gehen. Noch nicht. Okay. Okay, ist nicht. Okay. Hey, was kommt der hier dran? Hä? Mit was hängst du da fest? Mit was hängst du da fest? Ja, mit denen, okay? Okay. Mit was hängst du? Lass mich verarschen. Geht auch. Geht auch. Ja, ja, so spannend. So actionhaft. Geht auch. Geht auch. Geht auch. Geht auch. am Ziel. Aber wir müssen aufpassen. Verstanden? Klar. Da. Wenn es fällt, sei bereit. Wir müssen schnell sein. Ist gut. Spreng, Junge. Ja. Pass auf. Da sind sie. Bleib hinter mir. Sitze unsere Flanke. Jawohl. Ich schieße weiter, Junge. Ich mache uns den Weg frei. Verkürze die Zeit zwischen deinen Schüssen. Nicht Prezision geht vor sehr hoch. Es sind viele Ziele. Du schießt nicht vorbei. Ein schmaler Weg gleicht die Überzahl aus. Konzentrier dich. Ja. Junge. Bist du verletzt? Nein. Wow. Es ist wunderschön. Das Licht. Es lässt den ganzen Tempel erscheinen. Es ist die Quelle von allem. Hey. Es... Es singt. Ich höre... Ich höre sie. Ich hab's dir doch gesagt. Ist sie denn da drin? Das hat wehgetan. Als würde meine Hand brennen. Aber ich will... Aber ich will... Bleib... ...hier. Setz sie nur im Notfall ein. Du gibst mir deine Axt. Ich lass dich meine Axt halten. Sie ist kein Geschenk. Trotzdem. Wie ist dein Dank? Das ist dein Mann. Oh! Auf geht's! Ah! 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 Was ist das? Faye? Du musst zurückkommen. Du hast mich allein gelassen. Atreus? Allein mit ihm. Immer geht er fort. Nie ist er hier. Er will mich nicht und wird es nie tun. Ich kenne ihn nicht und er erkennt mich nicht. Er will es gar nicht. Ich bin stark. Ich bin schlau. Ich bin nicht das, wofür er mich hält. Ich bin nicht dumm. Er spricht nicht mit mir, bringt mir nichts weit. Er hätte es sein sollen. Hörst du mich? Er, nicht du. Aber ich meine das nicht so. Ich habe ihn doch lieb. Ich wünschte, er wäre besser zu mir. Er kann es doch sein. Wenn er es versucht, dann ich auch. Aber wenn nicht, bitte komm zurück. Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Ich weiß, dass du da bist. Warum hast du das gemacht? Ich musste es tun. Du warst gefangen. Ich habe gewartet und gewartet, aber du kamst nicht zurück. Also zog ich dich raus. Junge. Ich war nur einen Moment. Nein! Du warst sehr, sehr lange fort. Ich musste nicht weiter. Du hast nicht verlassen. Mal wieder! Bin ich dir egal? Ich? Ich? Das ist unmöglich. Wir sollten gehen, bevor die zurückkommen. Ich hoffe, du hast, was du brauchst. So, liebe Leute. Das war's. Das Licht. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, God of War. Lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben und aktiviert die Glocke. Dann wisst ihr immer, wann Videos oder Livestream kommen. Es hat mich gefreut, für euch Videos zu machen. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.